machen wir noch ein paar minütchen und dann ist der feil über aber automatischer pause modus heisst wenn ich in die mit dem elgato stream tag auf pause gehe also ich drücke ja mit dem knopf dass es dann im obs die aufnahme automatisch auf pause macht und das scheint also es ist ein script was direkt von ob es ist also nicht irgendwie gebastelt scheint scheinbar nicht zu gehen aktuell macht nichts also da braucht es drei aber ich habe einen ort wo ich zwei brauche gehe mal da hin wo ich zwei brauche ernsthaft oder seine puppe von mir ist ein bisschen aus wie ich glaube die gehört hier hin ja 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 verstehe schon fick dich okay ok jetzt haben wir einen schlüssel und zwei puppen hier ist das endziel ich brauche eine dritte und ich glaube ich weiss wo ich den schlüssel reinstecken kann nämlich hier bei jimmy ja natürlich ist jimmy's raum hier unten ich habe es voll vergessen aber ja mit dem brunnen oder ich weiss nicht ob wir das mit dem puppen komplett machen aber ja ja brunnen genau ich weiss nicht ob wir das mit dem puppen komplett machen aber ja ja brunnen genau ja geh noch in die hölle runter meine fressen nein wirklich schade fuck schön haben wir die dritte puppe und jetzt kommt dann irgendwie ein schreckensmoment schreckensmoment ja 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 habe ich alle drei bei mir ja quatsch die hat wieder riken etwas verschoben egal hier rein Also... Was ist da? Ah? Ah? Macht mehr Sinn. Schwarzhaarige Bonilla will mir Freund sein. Okay. Komm noch irgendwie ein Schreck. Fick dich, fick dich, fick dich. Entschuldigung, Schatz. Fick dich. Wie? Wie? Ja. Nein, ihr habt es los. Die Wart, euch, früh zu spüren? geschrieben. Ah. Tineşkantısır. El, dilettim. Also die hier macht am meisten Sinn, die Lucy. Die macht aber nichts, sie steht nur da. Die bringt Holz. Er macht irgendwie keinen Sinn. Ah fuck, jetzt habe ich die andere auch noch weggenommen. Das hier macht Sinn. Irgendwie, ich weiss nicht, die sehen alle ähnlich aus, also muss doch die hier sein. Also warte mal, ich mache mir alle Schwarzhaarige. Verpasst sie. Von dieser Seite sieht es aber gut aus. Ah. Hm. Nee, er ist mit dir, die hat er noch getauscht. Äh. Der Mann, der Mann, der Mann muss so sein, nach meiner Meinung. Entschuldigung. Und sie so. Ah doch. Halt, 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 halt. Jetzt stimmt's. Und die Schwarz, die... Ja. Krass. Oh, sie ist tot. Wie traurig. Krass. Krass. Gott, Rose, suchst du immer noch nach dem Kristall? Also gut, ich helfe dir. Nimm den Aufzug und komm zu mir. Oh fuck. Auch wenn Mami bestimmt sauer ist, wenn ich dir helfe. Wer bist du? Mein Bild ist einfach am Boden. Wenn du dich erwischen lässt, ist das Spiel vorbei. Fuck. Ja. Okay, komm. Wir machen noch kurz. Komm, wir machen noch kurz. Chill dein Leben. Wir sind doch Freunde, oder? Bringst du mir die Sicherung für den Aufzug? Wir sind doch Freunde, oder? Bringst du mir die Sicherung für den Aufzug? Okay. Okay. Schön leuchten deine Augen. Ähm, du diese Halle nach rechts, nach links, nach links. Oh fuck. Ähm, gerade nach vorne, dann nichts. Boah, ist das gruselig. Boah, ist das gruselig. Boah, ist das gruselig. Oh mein Gott. Boah, ist das gruselig. Ehe, hab ich sehen. Oh mein Gott verdammt okay wenn ich sie anschaue ok Laptop, 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 dop Chill dein Leben, chill dein Leben, chill dein Leben Chill dein Leben, chill dein Leben subtle, lower level level Oh my god Pfft Fuck Jed Scheiße ist das creepy Wooh! Also. Raus, rechts, 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 links. Rechts, 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 links. Ah! Rechts. Rechts. Jetzt kommt sicher noch mal eine. Links. Dein Ernst. Nein! 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 Oh mein Gott. Dump! Dump! Oh! Lass mich nicht erwischen. Zack! Nein! Ah, scheisse. Ich hoffe, ich habe den Schlüssel. Oh Gott, verdammt! Oh Gott, verdammt! Oh Gott! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh mein Gott! Geil, wirklich cool. Aber creepy Teil, sehr creepy Teil. Was ist denn jetzt los? Oh mein Gott! Oh, oh, oh! Oh! Lass uns verstecken spielen, schaffst du es bis zu mir ohne geschnappt zu werden? Chat, das machen wir das nächste Mal! Oh mein Gott! Ja, das wird noch ein geiles Finale. Und scheinbar ist es ja dann immer noch nicht fertig. Also ich meine... Ja. Geil! Muss ich jetzt sagen, speichert? Ja... Muss es, aber gerne nächstes Mal wieder. Sehr gerne nächstes Mal wieder. Geil! Geil!